Wir kommen wieder zum Thema Corona und schauen in die Bundesländer. Wie in Wien wird der Lockdown in Niederösterreich noch bis zum 2. Mai fortgesetzt. Die Intensivstationen sind am Limit, das ist aber im Burgenland auch nicht anders. Trotzdem kommt es dort bereits zu Lockerungen. Unsere Landesstudios haben sich die Situation in den Spitälern in Niederösterreich und im Burgenland genauer angesehen. Alle Hände voll zu tun und das stundenlang ohne Pause, ohne zu essen oder zu trinken, das ist der Alltag von Pflegerinnen und Pflegern auf den Intensivstationen. Markus Kornteuer arbeitet seit 10 Jahren auf Jena in St. Pölten. Arbeit in voller Schutzausrüstung, was körperlich natürlich irrsinnig anstrengend ist. Dazu kommen tragische Patientenschicksale, oft sehr viele junge Patienten, die wir momentan liegen haben, noch Corona-Infektionen mit sehr langen, schwerwiegenden Krankheitsverläufen, mit leider immer nicht nur positiven Verläufen, sondern auch negative Ereignisse zwischendurch. Wenn ein Corona-Patient hier landet, bleibt er drei bis vier Wochen, jeder Dritte stirbt. Die Intensivstationen laufen nur mehr durch viele Überstunden und mit zusätzlichem Personal, das von anderen Stationen und aus der Pension geholt wurde. Diese Möglichkeiten seien bereits weit ausgereizt. Seit ein paar Tagen ist das Gefühl, dass wir uns in einer Plateau-Phase befinden. Wenn es gelingt, durch die Maßnahmen, die getroffen worden sind, die neuen Funktionsraten weiter herunterzubekommen, ist zu hoffen, dass auch diese Plateau-Phase nicht überschritten wird. Bei Operationen könne man noch auf den Notbetrieb zurückfahren, sprich nur mehr lebensnotwendige Eingriffe durchführen. Angesichts dessen ist die Verlängerung des Lockdowns der richtige Weg, sagt der für die Landeskliniken zuständige Landeshauptfrau-Stellvertreter. Jene Menschen, die jetzt sagen, warum macht es nicht schneller das wieder möglich oder das wieder möglich, das wären dieselben, die uns als Politik auch fragen würden, warum hat mein Angehöriger sterben müssen durch einen ganz normalen Autofahrer, nur bei kein Intensivbet nicht freiwillig. Also diese Frage muss man sich schon immer wieder stellen. Über Öffnungen könne erst gesprochen werden, wenn sich die Lage auf den Intensivstationen entspannt.